Guten Tag an alle, liebe Freunde! Ich freue mich, alle willkommen zu heißen. Jemand hat einen guten Abend, jemand hat einen guten Morgen, jemand hat wahrscheinlich einen guten Nachmittag. Ich stelle mich vor, Elena Koslova, Gynäkologin, Ernährungsberaterin, Spezialistin für Ultraschalldiagnostik, Health Coach. Heute haben wir uns zu einem guten Anlass wiedergetroffen, denn für mich ist die Veröffentlichung dieser unglaublichen neuen Produkte ein wichtiges Ereignis. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich auf die Veröffentlichung der Produkte gewartet habe, die wir im Detail studieren und ihre Vorzüge besprechen werden. Dabei handelt es sich um Intilia Binden, die das Unternehmen für den Tag- und Nachtgebrauch hergestellt hat. Zuletzt haben wir uns getroffen und über Intilia Slip-Einlagen gesprochen, was sie sind, wozu sie dienen, was ihre Vorteile sind und für welchen Zweck sie verwendet werden. Wir haben diese Informationen herausgefunden. Heute haben wir uns zu einem wunderbaren Anlass getroffen. Als ich hörte, dass das Unternehmen ein neues Produkt auf den Markt bringt und was genau es uns Frauen betrifft, denn ich bin auch eine Frau, nur eine Frau wie sie. Außerdem bin ich Mutter eines Mädchens im Teenager-Alter und ich kann sagen, dass wir es natürlich wirklich brauchen. Warum, fragen Sie. Denn Greenway Global kümmert sich nicht nur um die Gesundheit von Frauen, sondern auch um die Umweltfreundlichkeit der Umwelt. Wir müssen verstehen, was wir in unserem Leben anwenden und warum wir es tun. Lassen Sie mich Sie daran erinnern, dass jede durchschnittliche Frau im Laufe ihres Lebens eine große Anzahl von Binden verwendet. Die durchschnittliche Frau verwendet 8 bis 30 Binden in einem Periode, je nachdem, wie viel Ausfluss sie hat. Wir sprechen natürlich nicht nur über den Ausfluss, der während der Menstruation geht. Die Rede ist von diesen Ausflüssen während des Eisprungs, während des Fluges, auf Reisen. Wir verwenden Binden, wenn wir Medikamente, Heilmittel oder Zäpfchen verwenden. Es gibt viele Situationen und sogar Indikationen, die wir verwenden können, wenn wir sie brauchen. Und natürlich müssen wir den intimsten Ort, den wir haben, schützen. Alle meine Patienten wissen das übrigens, sie wissen und praktizieren, nutzen meinen Rat. Gestern hat mir einer der Patienten nur einen kurzen Post geschickt, dass ich mich heute mit ihnen treffen werde. Das freut mich natürlich sehr, und viele Frauen arbeiten mit ihnen in der Firma zusammen. Und einmal wurde ich gefragt, wer ich von Beruf sei, und ich sagte meiner kleinen Tochter, dass ich eine Ärztin sei. Das ist genau die gleiche Ärztin, Gynäkologin bestimmt und löst genau die Probleme, die sich auf die Intimsphäre beziehen. Ich bringe sie zu dem, worüber ich heute sprechen werde. Zu unserem Thema des Tages erinnern wir uns daran, welche Produkte, Waren auf dem Massenmarkt, in gewöhnlichen Geschäften, präsent sind. Auf dem Massenmarkt gibt es natürlich eine Vielzahl von Produkten, die Plastik enthalten, die aus raffinierten Erdölprodukten bestehen. Lassen Sie mich Sie daran erinnern, dass alles, was uns die Hersteller überatmen, komfortvoll, günstig und so weiter sagen, nicht immer wahr ist. Wenn wir die kleinste Schrift lesen, die auf der Verpackung angegeben ist, sehen wir mit ihnen, woraus die Binden tatsächlich bestehen. Zuerst Baumwolle, die gebleicht wird. Sie wird gebleicht und die Produkte, die beim Bleichen mit Chlor gewonnen werden, erhalten das Zerfallsprodukt Dioxin. Dioxin ist der stärkste Ökogift, der in der Natur vorkommt. Denn sobald die Binde mit dem Körper in Berührung kommt, beginnt sie sich abzuheben, die Dämpfe treten aus, sie kommt mit dem Intimbereich in Kontakt und verursacht Reizungen. Jemand verursacht eine allergische Reaktion, jemand verursacht einen Zustand der Dysbiose auf Seiten der Vagina, jemand hat Candidose. Patienten bewegen sich in einem Teufelskreis. Besonders unangenehm ist es, wenn Frauen kommen und über ihre Beschwerden, Juckreiz, Brennen, Schmerzen sprechen. Sie machen Tests und die Testergebnisse sind perfekt. Es gibt eine Nachahmung dieser pathologischen Zustände und der Patient fühlt sich schlecht. Es stellt sich heraus, dass wir nicht behandeln müssen, sondern sozusagen behandeln müssen. Und das Problem liegt eigentlich in minderwertigen Binden. Denn die Schutzschicht, von der uns erzählt wird, diese wasserdichte Schicht, die in den meisten Binden vorhanden ist, verursacht nur einen Treibhauseffekt. Und die Anzahl der Mikroben, die wir enthalten, wir sind absolut nicht steril, wir haben jeden Teil des Körpers mit opportunistischer Flora. Dieser Treibhauseffekt führt dazu, dass sich Bakterien vermehren und Juckreiz, Brennen und Reizungen auftreten. Plus Farbstoffe und Duftstoffe, die in der Zusammensetzung enthalten sind. Und es gibt eine Vielzahl von Krankheiten, die leider zu einer Störung der Beckenorgane, zu einer Schwächung der allgemeinen Immunität und sogar zu Unfruchtbarkeit führen können. Das heißt, synthetische Binden, zu denen wir Frauen gezwungen sind, weil wir einfach nicht auf sie verzichten können, führen zu solchen Folgen. Wenn wir an die Zeit vor 30 Jahren zurückdenken, wie sich unsere Großmütter, Urgroßmütter und sogar unsere Mütter unwohl fühlten. Nun komme ich aus meiner Sicht zu diesem wunderbaren Produkt. Aus der Sicht eines Gynäkologen. Ich habe auf die Veröffentlichung dieses Produkts gewartet. Als mir mitgeteilt wurde, dass Intilia Tag und Nacht Binden im Angebot sein würden, habe ich mich sehr gefreut. Denn die meisten meiner Patienten sind bereits in Reserve, sie warten bereits darauf. Was sind hier die Vorteile? Was sind die Vorteile von Dichtungen, die im Sortiment von Greenway Global erschienen sind? Wir erinnern daran, dass Greenway Global sich um die Gesundheit von Frauen kümmert. Damit sich eine Frau so wohl wie möglich fühlt, damit sie so gut wie möglich geschützt ist, damit ihre Gesundheit auf dem richtigen, kompetenten und höchsten Niveau ist. Und natürlich kümmert sich das Unternehmen um die Umwelt. Die Tatsache, dass es sich um Binden aus synthetischen Produkten aus Ölraffinerien handelt, die in den Regalen von Apotheken und gewöhnlichen Geschäften liegen, zersetzen sich bis zu 500 bis 800 Jahre. Denken Sie an diese Zahl, welche Schäden wir der Umwelt zufügen. Und auf der anderen Seite gibt es ein Produkt, das uns ein fortschrittliches Unternehmen anbietet. Das ist genau die Zusammensetzung, die ich dir jetzt beschreiben werde. Schauen Sie nur, das Unternehmen achtet so sehr auf die Umwelt, denn alles, was hier enthalten ist, ist so schnell wie möglich biologisch abbaubar. Beginnen wir mit Tagbinden in der Periode. Warum sind Sie gut in diesen Intilia-Dichtungen? Wir schauen es uns jetzt an. Ich werde die Packung öffnen, damit Sie auch sehen können, wie die Tagbinden aussehen. Das ist also unser Nachtbinde, darüber werden wir später sprechen. Wir werden jetzt über die Tagbinde sprechen. Sie sieht so aus. Was ist ihr Vorteil? Die Basis dieser Binde ist Zellstoff. Sie saugt alles, was aufgesogen werden muss, so angenehm wie möglich auf. Sie ist sehr schnell abbaubar, sie schadet der Umwelt nicht. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt. Die oberflächliche Saugschicht besteht aus Baumwolle. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Baumwolle, die vom Unternehmen bei der Herstellung von Binden verwendet wird, ist Hypoallergen, saugt perfekt ein, verursacht keine Beschwerden und erzeugt keinen Treibhauseffekt. Das heißt, sie ist so bequem wie möglich, verursacht keine Reizungen und keinen Juckreiz. Es ist so angenehm wie möglich für die empfindlichste Haut und den gesamten Intimbereich. Ich werde Ihnen jetzt die Binde zeigen, damit Sie sie besser sehen können. Hier ist genau die Innovation, die das Unternehmen bei der Herstellung von Intilia Binden gemacht hat. Dies ist eine Chitin-Einlage. Wie funktioniert Chitin? Chitin selbst hat eine hohe Absorptionskapazität. Zusätzlich zu der Tatsache, dass es gut absorbiert, hat es antibakterielle Eigenschaften, schützende Eigenschaften, erlaubt nicht die Reproduktion opportunistischer Flora, die wir auf den äußeren Genitalien haben. Als nächstes folgt eine Schutzfolie mit saugfähigen Bestandteilen. Sie besteht aus Mais- und Kartoffelstärke. Das ist so eine gute Binde. Sie hat Klebeflügel, mit denen Sie die Binde sicher an Ihrer Unterwäsche befestigen können. Die Größe der Intilia-Tagbinde beträgt 23 x 7 cm, es ist überhaupt nicht klein. Und sie ist so bequem wie möglich. Die Packung hat 4 bis 6 Tropfen, eine Packung enthält 10 Binden. Hier sind ausgezeichnete Binden, aus der Sicht eines Gynäkologen. Ich möchte sie selbst benutzen, weil sie so bequem wie möglich ist. Das Unternehmen hat alle Momente des Auslaufens so gut durchdacht. Wunderbar! Ich erinnere Sie daran, dass die Binde alle 3 Stunden gewechselt werden muss. Wenn Sie die Binde verwenden, muss sie daher nach 3 Stunden gewechselt werden, auch wenn sie nicht voll ist. Hier Kommen wir zur nächsten Binde Das sind Intilia-Nacht, Binden Ich bin begeistert von der Art und Weise, wie das Unternehmen alles durchdacht hat. Sie können sehen, dass sich die Größe der Nacht, Binde von der Größe der Tagbinde unterscheidet. Ihre Einlage ist anders. Mal sehen, was hier ist. Es ist möglich, dass Sie bereits über die Zusammensetzung gelesen haben. Die Zusammensetzung der Nacht, Binde umfasst eine Bambus-Kohle-Einlage. Sie hat eine hohe saugfähige Wirkung. Dies schützt Sie so gut wie möglich vor nächtlichen Lecks. Nachts schlafen wir und stehen nicht alle 3 Stunden auf, und wir müssen uns maximalen Komfort und maximale Sicherheit bieten. Das Herzstück der Nachtbinde ist der gleiche Zellstoff. Sie ist umweltfreundlich, bequem. Sie verursacht keine Reizungen. Und die gleiche schützende Baumwolle und Hypoallergen-Wirkung, gute Saugfähigkeit und Wirkung, die vor Auslaufen schützt, erzeugt keinen Treibhauseffekt. Das Wichtigste ist, dass es keinen Treibhauseffekt gibt. Vor allem im intimen Bereich. Als nächstes kommt der Bambus-Kohle-Einsatz. Sie hat eine antibakterielle, desinfizierende Eigenschaften. Die Binde ist Hypoallergen und verursacht keine Reizung der äußeren Genitalien. Eigentlich ist es das, was wir anstreben und was uns wichtig ist. Und die gleiche Zusammensetzung, wasserdichte Folie, die aus Mais- und Kartoffelstärke besteht. Der Hersteller der Binden ist für die Saugzone gut durchdacht. Solche Binden sind auch für Mädchen im Teenageralter leicht zu erlernen. Wenn Mädchen Periode haben, hören sie nicht auf uns. Aufgrund der Natur, aufgrund der Intimität des Themas. Sie fangen an, Freundinnen zuzuhören. Sie fangen an, Videos im Internet anzusehen. Sie hören nicht immer auf ihre Mütter. Und wenn Mädchen im Teenageralter anfangen, Binden zu benutzen, sagen sie, dass es unbequem und unbequem ist, und fangen an, sie wegzuwerfen. Ich erinnere mich, wie meine Tochter an kritischen Tagen eine ganze Packung Binden für 10 bis 15 Minuten wegwarf, weil sie sich unwohl fühlte. Ich möchte als Frau, als Ärztin sagen, dass der Tragekomfort von der Qualität der Schutzschicht abhängt. Diese Binde verrutscht nicht, sie ist fest fixiert. Auch die Seitenflügel sind so gut wie möglich fixiert und schützen die Unterwäsche vor Auslaufen. Ich bin begeistert, wie gut das Füllesystem durchdacht ist und zusätzlichen Schutz vor Leckagen. Aus der Sicht einer gewöhnlichen Frau, einer gewöhnlichen Benutzerin, kann ich sagen, dass ich noch nie in meinem Leben die besten Binden gesehen habe. Im Laufe der Jahre habe ich eine große Anzahl von Binden gesehen und natürlich für mich. Wie jede Frau möchte ich diejenigen finden, die ich verwenden werde, die ich meinen Patienten empfehlen kann. Ich kann sagen, dass diese Binden zu 100% sind. Ich werde sie meinen Patienten empfehlen, weil sie die besten sind. Das ist geil. Natürliche Zusammensetzung, Form, Flügel zur Fixierung. Es ist großartig, weil sich das Unternehmen um Frauen kümmert. Die meisten von uns Gynäkologen kümmern sich um die Gesundheit und die Lebensqualität jeder Patientin. Patienten, die zu mir kommen, denken darüber nach, wie sie ihre Gesundheit verbessern können, wie sie verschiedene Risiken und Veränderungen im Intimbereich minimieren können. Sie wollen auch während der Periode komfortabel leben. Mit Intilia Binden können wir die Lebensqualität verbessern, die Lebensqualität verbessern und die Gesundheit der Frau verbessern. Wir können sagen, dass wir die demografische Situation beeinflussen werden, wenn wir Unfruchtbarkeit verhindern. Wir treffen unsere eigene Wahl, also verwenden wir keine raffinierten Erdölprodukte. Lassen Sie uns natürliche Inhaltsstoffe verwenden, die eine Binde enthalten. Auf diese Weise kümmern wir uns um die Gesundheit sowohl der Frauen als auch um die Gesundheit der Umwelt. Ich danke dem Unternehmen für diese Produkte, Intilia Slip-Einlagen, Intilia Tag und Nacht Binden. Dies ist ein großer Durchbruch auf dem Markt. Ein Durchbruch, der sich auf die gesamte Situation auswirken wird. Sie werden dieses Produkt zu den Menschen tragen. Es ist sehr wichtig. Sie können sicher darüber sprechen, was Gynäkologen empfehlen und sie empfehlen. Sie sind Botschafter, die die Lebensqualität der meisten Menschen verbessern, vor allem natürlich sich selbst und ihre Lieben. Das ist wirklich wertvoll. Vielen Dank. Ich bin bereit, Ihre Fragen zu beantworten, wenn Sie sie haben. Das Thema ist sehr wichtig. Es betrifft jede Frau. Vielen Dank für Ihr Feedback. Es kann die Frage gestellt werden, wo sind die Kommentare? Die allererste Frage, die ich stellen werde, ist, wie hoch sind die Kosten? Sie müssen den Ankündigungen folgen. Es wird auf jeden Fall angezeigt, wie viele Stück sind in einer Packung. Tag binden, zehn Stück in jeder Packung, Nacht binden, acht Stück in einer Packung. Nochmals vielen Dank für Eure netten Worte in den Kommentaren. Ein solches Feedback ist sehr schön. Ich lese und freue mich. Mit Flügeln? Ja, Sie haben Flügel. Werfen Sie einen Blick darauf. Hier sind es Flügel, sodass Sie schauen können. Tages- und Nachtpolster haben Flügel. Sie befestigen die Einlage sicher an der Unterwäsche. Natürlich ist die Anatomie eines jeden Menschen anders, aber diese Binden schützen vor Auslaufen. Um sich von der Zuverlässigkeit und dem Tragekomfort dieser Parts zu überzeugen, empfehle ich, sie auszuprobieren. Es ist eine Sache, Geschichten zu hören, aber es ist eine ganz andere, sie selbst auszuprobieren. Die Größe der Entilia-Binden beträgt 22,5 x 7 cm und eine Nachtbinde 28 x 7 cm. Die Größe ist so bequem wie möglich, wenn eine Frau absolut normale kritische Tage hat, in Bezug auf den Blutverlust, der die zulässige Norm nicht überschreitet, dann wird ihnen diese Nachtbinde nachts ausreichen. Bei Veränderungen bei Erkrankungen der Beckenorgane, wie ZB-Endometriose, wie ZB-Hydroplastische Prozesse. Natürlich werden sie mehr als eine Binde verwenden und nachts werden sie zwei bis drei verwenden. Wenn es Probleme und Krankheiten seitens der Beckenorgane gibt, müssen sie einen Arzt konsultieren, verschieben sie es nicht. Können Entilia-Binden von Teenagern verwendet werden? Sie müssen empfohlen werden. Frauen, Mädchen, wenn sie sich um ihre Gesundheit kümmern, kümmern sie sich in erster Linie um die Gesundheit derer, die ihnen am nächsten stehen, natürlich Kinder und Jugendliche. Wenn also eure Kinder, Mädchen, anfangen zu menstruieren, sie können mit Sicherheit empfehlen und sagen, dass dies die besten Binde sind. Es gibt heute nichts auf dem Markt, das ist mein persönlicher Favorit. Basierend auf Kompositionsdaten und Forschung in der Produktentwicklung, kümmern sie sich um ihre Töchter. Die richtigen Hygienegewohnheiten und die Selbstfürsorge sollten bereits im Teenager-Alter beginnen. Wie gefährlich oder schädlich ist es, Menstruationstassen zu verwenden? Es gibt Kunden, die sich weigern, Binden zu verwenden. Meine lieben Frauen, alles ist individuell, jeder Mensch hat das Recht zu wählen, wenn sie Spezialisten sind, wenn sie Ärzte sind, können sie erklären, was die Vor- und Nachteile sind. Ich bin immer für Natürlichkeit, wenn ein Mensch sich wohl fühlt, wenn er fliegt, unterwegs ist, hat er jedes Recht, das anzuwenden, womit er sich wohl fühlt. Schließlich liegt die Wahl bei jeder Frau. Heute sprechen wir über Binden. Wir sprechen über die Tatsache, dass wir uns um die Gesundheit des Intimbereichs und des Körpers als Ganzes kümmern. Es ist beängstigend, sich vorzustellen, was in den Menstruationstassen ist. Ich kann Ihnen sagen, dass nicht alle Patientinnen Menstruationstassen verwenden können. Nicht jeder fühlt sich damit wohl. Der Prozentsatz der Anwendung, wenn Sie Binden nehmen, dann werden Binden von etwa 80% der Frauen verwendet. Alle anderen beginnen, nach anderen Mitteln zu suchen. Vielleicht ist etwas nicht ganz umweltfreundlich und wer mehr hören möchte, kann zum Frauenarzttermin kommen. Der Arzt wird es Ihnen sagen. Meiner Meinung nach ist es aufgrund der Benutzerfreundlichkeit und Hygiene bequemer, Binden zu verwenden. Das Wechseln von Binden erfordert im Vergleich zum Menstruationstassen viel weniger Aktionen und Momente. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Intilia-Tagbinden mit einer Chitineinlage und Nachtbinden mit einer Bambuskohleinlage ausgestattet sind. Sehen Sie, dass ich Ihnen richtig sage, die Bambuskohleinlage in der Nacht, in den Tagbinden ist Chitin. Für Nachtbinden benötigen Sie eine absorbierendere Wirkung, die Hasi saugt mehr auf, das heißt, damit gehen Sie tagsüber spazieren, aber damit können Sie nachts schlafen, sodass sie verstärkt wird. Es absorbiert mehr Es gibt Kommentare von Zuhörern, dass die Zusammensetzung der Binden sehr gut ist. Es ist Ich habe bereits viele Leute, die anfangen wollen, Intilia-Binden zu verwenden, als ich eine Ankündigung auf Slibeinlagen machte, mich in den Status versetzte und in meinem Telegram-Kanal erhielt ich eine große Anzahl von Anrufen und Nachrichten. Die Frauen begannen zu fragen, wo sie sie kaufen könnten. Bestellen Sie daher unbedingt und probieren Sie sie aus. Es gab einen Kommentar, dass die Binden eine hervorragende Größe haben. Du hast eine Frage zu Tampons von Greenway Global gestellt, ich werde nichts sagen, du wartest auf Ankündigungen. Kommentar zu Tampons, das ist nicht gut für die Gesundheit. Wir können über dieses Thema diskutieren, aber das ist nicht heute. Die Kosten für Intili-Binden finden Sie in den Neuigkeiten auf der Website. Und Kommentare über Gynäkologen. Gynäkologen sind gute Freunde aller Frauen, ein Gynäkologe wird keine schlechten Ratschläge geben. Sie schickten einen Kommentar, dass Unterwäsche, Strings und Tampons vor 20 Jahren verboten wurden. Ich erlaube auch keine Strings für meine Patienten. Wenn Sie sagen, es ist schön, es ist bequem, dann sage ich, okay, dann haben wir zwei bis drei Höschen dabei und ich empfehle dringend, sie alle zwei bis drei Stunden zu wechseln. Ich werde nicht über Tampons diskutieren, alles ist individuell und manchmal gibt es Zeiten, in denen wir uns bewerben müssen, aber heute spreche ich über Binden. Daher richtet sich meine Aufmerksamkeit speziell auf Binden und ihre Vorteile für die Gesundheit von Frauen. Ich bekomme Kommentare zur Zusammensetzung. Baumwolle ist nicht gebleicht, natürlich, nicht mit Chlor gebleicht, sie enthält keine Fäulnisprodukte, enthält keine Duft und Farbstoffe. Alles ist darauf reduziert, dass es so wenig negative Momente wie möglich gibt. Natürlich gibt es individuelle Unverträglichkeiten. Es gibt so etwas. Alles ist perfekt, alles ist bequem, aber es gibt individuelle Unverträglichkeiten. Ich kann Ihnen sagen, dass es bei keinem meiner Patienten negative Momente auf den Intilia-Slip-Einlagen gab. Ich glaube, dass es auch hier keine negativen Aspekte geben wird. Ja, das ist richtig, die pathogene Flora vermehrt sich nicht. Jemand hier hat bereits einen Beitrag gepostet, dass dies wunderbar ist, ich stimme Ihnen voll und ganz zu. Ja, ich stimme zu, dass Strings zu einer Erhöhung der Krankheitswahrscheinlichkeit führen können. Bei Frauen ist der anatomisch geringe Abstand vom Enddarm, vom Anus zur Vagina, zum Eingang der Vagina. Und manchmal kann es zu einer Migration der Flora vom Darm in die Vagina kommen. Warum taucht manchmal opportunistische Flora auf? Das heißt, es handelt sich um dieselben Bakterien, die normalerweise im Darm leben und in die Vagina eindringen sollten. So steigt der Prozentsatz verschiedener Vaginitis, Kalpitis und entzündlicher Erkrankungen. Sie befinden sich in der Scheide, können höher steigen. Ich erzähle Ihnen, wie verschiedene Erkrankungen der Beckenorgane auftreten können. Bis hin zur Entzündung der Merkmale. So kann die Infektion verlaufen. Dies kann zu Unfruchtbarkeit als Komplikation postinflammatorischer Erkrankungen führen. Wie lange dauert es, bis sich eine gebrauchte Binde zersetzt? Das genaue Datum kann ich nicht sagen. Ich kann sagen, dass sich alle Naturprodukte innerhalb eines Jahres zersetzen. Soweit ich weiß. Daher zersetzen sie sich schnell. Sie können es nehmen und sehen, wie es läuft. Atmet die Binde? Natürlich lässt sie Luft durch. Eine Frage zu Slip-Einlagen. Heute haben wir eine Ankündigung über Binden, die bei der Menstruation verwendet werden. Über tägliche Slip-Einlagen können Sie sich eine Videoaufzeichnung einer Live-Übertragung auf YouTube ansehen. Und Sie können zuhören. Intilia-Binden haben keine Aromatisierung. Weitere Fragen. Kommentar der Zuhörerin, Kein Gynäkologe hat mir jemals gesagt, dass Binden so viel Schaden anrichten können. Glauben Sie mir, Gynäkologen wissen das vielleicht nicht. Es gibt Gynäkologen, vor allem Frauen, die Informationen suchen und finden. Jede Frau wird in erster Linie ihre Lebensqualität verbessern. Wenn sie weiß, wie sie ihre Lebensqualität verbessern kann, wird sie in der Lage sein, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Ich kann sagen, dass ich Gynäkologin bin. Natürlich liegt mir die Gesundheit meiner weiblichen Patientinnen am Herzen. Männliche Gynäkologen werden sich natürlich nicht mit solchen Informationen befassen. Aber sie werden sich auch dafür interessieren, wenn sie studieren. Ich glaube, dass nicht der Chirurg, der die Operation gut durchgeführt hat, sondern der Chirurg, der sie nicht zur Operation gebracht hat. Die meisten Gynäkologen, Chirurgen, sind Männer. Natürlich, ein guter Gynäkologechirurg, ein Mann, er wird dafür sorgen, dass eine Frau nicht an den Operationstisch gebracht wird. Dadurch werden alle Risiken für den Patienten minimiert, die zu einer Verschlechterung führen können. Ihr Wohlbefinden, ihre intime Gesundheit. Kommentar des Hörers, gute Binden. Dem stimme ich voll und ganz zu. Sie selbst antworten sich gegenseitig im Chat, beraten. Es ist wunderbar. Sagen Sie mir bitte, ist die klebrige Schicht sehr haltbar? Ich zeige Ihnen, es muss gesehen werden. Ich klebe so viel wie möglich. Kannst du den Ton hören? Die gleiche Klebeschicht für die Intilia-Tag-Binde. Wie Chirurgen, wenn sie versiegeln. Die Klebrigkeit ist sehr hoch. Ich bin mir sicher, dass die Binde nicht auf der Wäsche rutscht. Also, liebe Freunde, die Preise kennen. Nein, der Redner kennt den Preis nicht, das ist sicher. Ich kann die Dicke der Dichtungen nicht mit Sicherheit sagen, wenn sie hinschauen, etwa 5 mm. Ziemlich dünn, aber langlebig. Alle Gynäkologen, Geburtshelfer, sind in der Lage, die Größe in Zentimetern zu bestimmen, da sie Neugeborene sehen und sofort ihre Größe in Zentimetern bestimmen. Ich kann sagen, dass die Dicke der Tagbinde etwa 5 mm beträgt und 5 minus 6 mm Dicke der Nachtbinde. Wenn du hinschaust, fühle die Schicht. 5 bis 6 mm Vielleicht irre ich mich ein wenig. Hersteller, die an der Einführung dieses Produkts beteiligt waren, werden ihnen schreiben und sie werden genau wissen, wie viele Millimeter. Ungefähr, ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt, etwa 5 mm. Ja, Kartoffel und Maisstärke. Richtig, eine klebrige Schicht. Wie froh bin ich, dass wir heute so ein virtuelles Gespräch geführt haben. Und unser Produkt ist wunderbar, ich finde es erstaunlich. Sie können selbst sehen, wie sehr mir unser heutiges Treffen gefällt, denn ich bin heute ein Experimentator. Wir konzentrieren uns auf gute Binden, die sich durch hochwertiges Material und natürliche Zusammensetzung auszeichnen. Mein Ziel ist es, ihnen die Wichtigkeit der sorgfältigsten Haltung gegenüber der zärtlichsten, sensibelsten, intimsten Zone der weiblichen Hälfte der Menschheit zu vermitteln. Natürlich geht es bei der Pflege in erster Linie um die Gesundheit und Schönheit von Frauen. Auf der anderen Seite dürfen wir den Umweltaspekt nicht vergessen. Das Unternehmen behandelt die Ökologie der Umwelt mit besonderer Beklommenheit. Ich schaue gleich, ob es noch Fragen gibt oder nicht. Wow, wie viele positive Bewertungen und Begeisterung ihrerseits. Ja, sie warten auf den Verkaufsstart der neuen Intilia Tag und Nacht Binden. Ich danke auch euch allen. Ich freue mich, dass es ihnen gefallen hat. Ich hoffe sehr, dass dieses Produkt bei allen Frauen sehr gefragt sein wird. Ich selbst habe große Freude daran erfahren, heute mit ihnen zu kommunizieren. Ich werde auch auf die Gelegenheit warten, die neuen Intilia Binden zu kaufen und zu verwenden. Ich werde auf jeden Fall meinen Patienten, Abonnenten des Telegram-Kanals, von ihrem neuen Produkt erzählen, das erscheinen wird. Und natürlich werde ich die Botschafter, mit denen ich zusammenarbeite, posten. Ich werde es jedem erzählen, der mir zuhört, mich sieht, die Nachrichten in den sozialen Netzwerken verfolgt. Patienten, die seit vielen Jahren zu mir kommen. Es gibt Patientinnen, die seit 21 Jahren zu mir kommen. Ich habe große Freude an meiner Arbeit. Ich danke Greenway Global dafür, dass sie uns geholfen haben, die Lebensqualität zu verbessern. Vielen Dank für ihre Zeit, Aufmerksamkeit und ihr aktives Feedback. Es war Elena Koslova. Ich habe mich gefreut, diese Informationen mit Ihnen zu teilen. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Kümmern Sie sich um sich und den Planeten mit Greenway Global.